Herzlich willkommen meine Damen und meine Herren, ja zu einer etwas außergewöhnlichen Ausgabe meines Mick Knauf Daily. Ja, ich wollte einfach mal, dass Sie sich auch mal ein wenig entspannen, damit Sie mal sehen, es gibt natürlich auch andere Kulissen außerhalb der Börse und dass Sie dementsprechend nicht nur an den Märkten herumhetzen. Das ist vollkommen unnötig, denn wenn wir mal überlegen, der DAX nimmt doch gerade schon wieder Kurs auf sein Jahreshoch. Das heißt, die Anleger sind doch äußerst positiv, kaufen dementsprechend aktuell Aktien nach. Die Sommerzeit ist so gut wie zu Ende, das heißt die Ferienzeit und somit sind auch viele Marktteilnehmer wieder zurück im Boot. Dazu hatten wir am Freitag schwache Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten, die natürlich mal wieder gut sind für die Zinsfantasien. Also die Märkte gehen jetzt eher davon aus, dass wenn es einen Zinsschritt in den Vereinigten Staaten geben sollte, der sowieso erst im Dezember kommt. Ja, das Thema Brexit, das werden wir verarbeiten, gar keine Frage. Und da bin ich längerfristig auch der Meinung, dass wir hier sehr davon profitieren können, während Großbritannien da de facto dann längerfristig doch erleiden wird. Naja, und wir haben ja gehört, politisch gesehen scheint man sich ja mit der Türkei nun auch wieder einigermaßen zu verständigen. Das heißt doch, wir haben momentan beste Voraussetzungen, tatsächlich mal wieder auf unser Vermögen zu schauen, unser Vermögen in Ruhe aufzubauen. Und dazu helfe ich Ihnen ja immer wieder mit meinem Börsenbrief, mit meinem MKK, mit meinem Klartext Depot und meinen täglichen Videos, wo ich Ihnen ja immer wieder auch kleine, feine Unternehmen vorstelle, wo ich gerade halt eben ganz klar Wachstum und Wachstumschancen drin sehe. Und das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch nicht ändern. Ich freue mich schon sehr auf den September, meine Damen und Herren. Da fangen nämlich jetzt mal wieder die ganzen Börsentage an. Das heißt also, ich reise von Stadt zu Stadt. Am 24. September fangen wir an mit Stuttgart. Und dort treffen wir natürlich immer wieder auch auf sehr, sehr fleißige, auf neugierige, auf wissbegierige Anleger, die dementsprechend dann natürlich Hilfe und Unterstützung einfordern. Und das tue ich ja ganz klar gerne für Sie. Sie aber, wie gesagt, in Ruhe und nicht mit Hetzerei, denn Sie sind ja Langfristanleger. Sie wollen ja kein Daytrader werden. Nein, Sie wollen ja langfristig in Ruhe, seriös, komod, Ihr Vermögen nach oben aufbauen, sich absichern, logischerweise. Aber halt eben Ihr Geld so anlegen, dass Sie in ein paar Jahren natürlich da eine schöne Performance in Ihrem Portfolio haben. Und dazu bekommen Sie ja immer wieder meine täglichen News, meine täglichen Videos, meine Updates. Zum Teil halt eben auch jetzt mal wieder meine Closing-Bell, die ich zweimal die Woche für Sie machen werde, wo Sie dann auch hören, was war am Markt los, respektive, was findet halt eben dementsprechend an der Börse in der laufenden Woche statt. Ja, und Sie hören es, ich habe in der Börse durch die Klimaanlage eine kleine Schnupfen eingeholt, kleine Sommergrippe. Aber auch den, naja, den bekommen wir ganz klar wieder weg. Das ist doch ähnlich wie an den Märkten auch. Die Märkte, ja, die sind auch schon mal verschnupft. Aber nach fünf, sechs, sieben Tagen, dann hat sich das doch auch wieder erledigt. Also ich denke, dass wir tatsächlich, wenn wir mal die Banken anhören, Jahresendziele beim Leitindex durchaus in den Sphären 11.000, 11.500 Punkten haben werden. Weil da bin ich nach wie vor Optimist, meine Damen und meine Herren. Und dabei bleibt es auch de facto, denn wie gesagt, langfristig anzulegen, langfristig ein Vermögen mit Ihnen zusammen aufzubauen, und das ist mein Ziel, das ist die Möglichkeit, die ich mit Ihnen zusammen natürlich durchgehen werde, die ich Ihnen immer wieder täglich beschreibe und die ich natürlich ganz klar nach vorne bringen will. Für morgen habe ich jetzt schon wieder ein kleines, feines Unternehmen rausgepickt. Also morgen brav, schön den Daily anschauen. Schauen wir mal, ob Sie vielleicht da mit dieser Empfehlung etwas in Ihrem Portfolio anfangen können. Naja, und solange, bleiben Sie mir gesund, bleiben Sie mir gewogen. Ich freue mich auf Sie, wenn es morgen wieder heißt, mit Knaus Decke.